Ey, wie dunkel der Shader einfach nur ist, ne? Das ist einfach richtig unverschämt. Unverschämt. Wie richtig unverschämt ist das? Könntest echt mal ne Kriter Aids von. Kommt, Jaffe, kommt. Kommt mit mir, ich hab was Schönes für euch dabei. Kommt mit mir mit. Ja, Jonas, kannst du mich jetzt nicht abholen, oder? Nö. Nö, warum auch? Juckt mich nicht. Es wird Nacht. Das schafft es eh nicht, also. Geil wäre es, wenn du dir so einen komischen Stab craften könntest. So einen komischen Hirte-Stab oder wie es auch immer ist. Und dann rennen die einfach alle Viecher hinterher. Das wäre geil. Genau. Das wäre echt geil. Ja. Und es wird wirklich so verschiedene Rollen geben. Wenn zum Beispiel einer macht, das ist zum Beispiel meiner, der andere macht Holzfäller. Dann zum Beispiel Juli macht jetzt Töte. Ich bin der Bilder. Was mach ich? Waaah! Alter, wie ist das richtig erschrocken. Juli guckt dumm. Einfach so ein Drecks Wismond. Ich hole mir jetzt eine Clip-Pick. Weißt du, was eine Wismond ist? Nö. Schäm dich. Sorry, tu mir leid. Es ist ein Silberfisch. Ey, wie kann man sowas nicht wissen? Wismond. Wismond ist ein Silberfisch. Geil. Waaah! Der Afrika ist kurz. Wismond. Fuck yeah. Silberfisch. 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 Und deswegen auch hoch. Komm mal auf. 139. 139 geht klar. Dehdeh. Lol. Hat gerade selber ein bisschen geleckt bei mir. Bei mir auch. Yeah. Ganz tollen selber hast du da, Juli. Ganz toll. Hast du bei mir leckt's nicht? Ja, weil du ja auch nichts machst aus dem Schaf rumziehen. Zwei. Boah! Zwei. Übertreib nicht, Alter. Ey, geht hier richtig, geht hier gerade richtig hart bei dir. Mann, jetzt wär ich Tinkers Construct cool. Juli, kannst du nicht Tinkers Construct draufballern? Das ist ein Mod. Mir egal, kannst du nicht draufballern. Ist immer noch ein Mod. Ist mir scheißegal, hau's drauf. Juck mich, ob's ein Mod ist oder nicht. Das ist geil. Immer noch ein Mod. Haha. Juck mich nicht. Okay, dann wirst du Juli wenigstens auch was kennen. Hast du mal irgendwie gesagt, wie man ein Ding machen kann? Ja, ja. Ich hab mal was gesagt, aber. Haha. Jonas sagt viel, wenn der Tag lang ist. Ob ich das auch kann? Ist die andere Frage. Ob du auch willst, ist die andere Frage. Ja, das stimmt, nochmal ne Frage. Danke. Und die Frage der Frage ist. Warum juckt es mich? Juckt mich nicht. Juckt mich nicht. Ich höre Lava, aber ich will sie nicht sehen. Denn sie stinkt mir zu hart nach Magie. Das ist ein Skelett. Lass mich in Ruhe. Nein. Das ist ein Enderman. Wenn du gegen den verlierst, ne. Dann lach ich dich aus. Ich kämpf nicht gegen den. Bist du das wahres? Ja, warum denn nicht? Junge, du hast nen Eisenriss. Das ist schlecht. Oh. Dann die Schafe wechseln. Dann bau sie ein. Aber stimmt, du hast ja keine Blöcke mitgenommen. Hahaha. Anfänger. Ich nehm nie mehr mit, wenn ich nicht weiß, dass ich nicht bauen geh. Ach so. Ich nehm immer Blöcke mit. Ja. Heiß ich gar nicht, ob ich sie brauch oder nicht. Genau wegen sowas. Alter, da ist ein Skelett direkt neben mir und das trifft mich nicht. Jonas, ich bin hier oben. Ja, schön für dich. Ich komme aber nicht runter. Haha. Äh, lauf runter. Recht für dich. Spring, die Schafe springen mit. Oh. Haha, Handy. Hat man das gerade gehört? Nein, überhaupt nicht. Hahaha. Okay, gut. War gerade nur so ein komisches Geräusch, da keine Ahnung woher das kam. Jonas? Warte, ich schreib gerade. Nein. Hahaha. Jonas, bist du auch gerade meinen? Nein, ich bin Schreiben. Hahaha. Ich bin meinen. Und was macht Jonas? Bleiben. Hat du gerade eben schon gesagt? Hörst du nicht zu? Ja, warte, bin gleich fertig. Lapis! Meins. Okay, okay. Das heißt nicht Lapis. Warte, jetzt muss ich noch Ton ausmachen. Äh, natürlich ist es Lapis. Äh, Geschmarrie, warte. Okay, gut, gut. Entschuldigung, sorry. Jetzt was willst du? Lasur. Geh mal ins Lagerhaus. Lasur. Ich geh in den Lagerhaus. Uh, wenn man es nicht level, yeah. Nimm mal bitte ein paar Zäune mit, oder wenn es keine Zäune gibt, machst du ein paar Zäune. Oh, jetzt muss ich auch noch was machen. Aha, muss produktiv sein, Alter. Geht schon schwer. Ja. Bitte, Zäune, bitte. Ich hab Angst hier. Boah, sogar ein Stack hab ich für dich. Das ist gut. Komm bitte schnell da oben. Aber wo gehst du hin? Hä? Ich geh zum Stall. Nein, ich bin hier oben. Sie schwimmen nicht. Hä, wo denn? Hinten. Rechts. Links. Rechts. Hinten. Was jetzt? Links oder rechts? Hinten. Du siehst du nicht? Nein, ich seh ihn direkt vor dir. Jetzt wieder hinter dir. Links. Äh, was? Hinter dir. Du bist echt behindert, ey. Warum gehst du denn nach oben? Weil ich dich nicht seh. Ich seh nur den Zombie auf dem Dach. Kann ich mich verarschen? Wie weit hast du denn hier? Render Distance? Äh, warte, guck ich gleich. Äh, scheiße. Was heißt Grafikeinstellungen? Warte, 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 warte. Musst du auf Belt, Feld, links. Verstell links. Ich hab auf, ähm, 18. 18. Sag mal, du weißt du nicht. Jetzt guck mal. Nein, zurück. Stopp. Zurück komm. Ja. Ja, ja. Zum Lager, zum Lager. Links. Ja, geradeaus. Ach da. Joli. Ja. Jetzt war Schluss. Du kannst aber bestimmt die Einflüge bei... Bye, bye. Jetzt war Schluss. Ja, einmal mit Zaun außen rum, bitte. Maaan! Ich will auch mal reden. Hallo. Geh mal weg da. Nein, du machst einfach um mich rum, auch mit Zaun. Ach. Jetzt auch noch Ansprüche stellen, hier. Patti. Hallo? So. So. empfohlen zureichen. So. D. Ja, doch. Patti. 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 Ah, well, that's what I'm saying. Patti. 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 Ich mach nix, ich steh rum. Ja, ich seh's. Jetzt lauf ich wieder. Jetzt schlagst du mich. Was machst du? Ich bin auch ein Tier. Ich bin auch ein Tier. Äh. 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 Ich bin auch ein Tier. Ja, okay, ich sperr dich hier ein. Äh. Ich muss jetzt noch Gras essen. Oh, Gras essen? So. Ja, hier ist Koppel. Cool. Wer hat hier die Kisten sortiert zu behindert? Darf ich jetzt noch nicht mal reden? Nee. Ja, du hättest schon die ganze Zeit reden können. Ja nö, Jonas hat mir einfach nur den Dreck, die ganze Zeit so richtig hinterhältig. So richtig unverständlich, einfach nur rein, Alter. Ich hab keinen Bock zu reden. Ja klar, wenn wir nicht anfangen zu reden, zu reden, laufst mir wieder irgendwas rein. Ich hab, wir haben dich gar nicht gehört gerade. Ich war vorhin, als ich die ganze Zeit reden wollte. Ach so, wir haben es müssen reden. Du hättest reingelabert. Was? Es hat die Schnauze! Ja. Du kennst doch bestimmt die Einstellungen bei Attack of the B Team. Bäh! Wir spielen nicht Attack of the B Team. Ähm, du kennst bestimmt die Einstellungen von Attack of the B Team, wo du dann die Items so oben anzeigen lassen kannst, ne? Ich spiel das nicht. Oder Hexe, je nachdem. Das ist halt die Schnauze, ich bin jetzt am Reden. Ähm, das ist auch oben dann, wenn du auf irgendwas drauf schaust, sondern die Items siehst. Ach so, ja. Was das ist. Darf ich das auch anmachen? Oder ist das verboten? Hä, wie willst du das anmachen? Es kannst du bei Ding anmachen, bei... Äh... Äh, wie heißt das Scheißdreck nochmal? Äh... Äh, hier. Not enough items. Ach so. Aber warum willst du wissen, dass es ist? Oder wenns auch gecheated. Nee, warum willst du... Aber warum brauchst du das? Muss ich nie immer... Wenn nicht jetzt zwar spiel... In dunklen, da was abbaue und myst nicht mehr Licht setzen muss oder sowas. Ich tu mir ja scheißegal, will das verwenden. Ich hab hier kein Cheat. Ne, 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 ne... Ne, 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 ne... Ne, 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 ne... Jetzt macht der irgendwas dummes. Ich merkst's doch schon.